Musik Das ist jetzt immer schon bewusst geworden. Dankeschön. Hans. Dankeschön. So, so. Das soll es also bringen, ja? Hier, gucken wir mal. Das wird der große Schritt nach vorne. Hör dir mal schöne Musik an. Oder nach hinten. Ja, ich hab mir vor, wie der Raumschirm endabgreift. Genau. Ja, Scotty. Genau. Das ist ein bisschen bewegt. Wir arbeiten zusammen und das ist es. Du denkst wirklich, dass ich dich mag? Nein, ich spreche über... Sind du in der Band? Ja, das ist der gleiche. Das klingt aber gut. Das ist der gleiche. Das war schon drin. Was wir heute machen? Ja, wenn ich das wüsste, es gibt Menschen, die singen und dann gibt es Menschen, die hören zu, wenn andere singen. Ah ja, jetzt kenne ich... Jetzt kenne ich aber wieder die Stelle. Du musst gar nicht so viel Vorlauf machen. Ich glaube, da ist dieser... so ein minimales Teil, äh... Echo irgendwo hinten läuft mit. Und dann sagt Ben immer danach, darf ich anfangen zu singen. Ich probiere mal vorne eine Nuance härter. Ja, also... Mal gucken, was passiert. Mal gucken, was passiert. Mal gucken, was passiert. Ich weiß nicht, welchen Tone ich muss. Ja, ja. Mal gucken, was passiert. Ja, ja. Wie gesagt, das ist für String-Action und das ist für Intonation. Und das ist Bridge-Humbucker. Das ist Bridge-Single-Core. Nein, münchen, 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 münchen. Einenきます ... Ich habe ihn einfach nur für halfwaycción ausgemacht. W body, we have to die fuckin mouth- Den. Den. Das wird Muthaf. Ohne geht nicht. Was sollst du denn? Okay, nochmal. Ein Stück weit gut. Nochmal? Aber wir haben noch ein Mic. Ich kann mime. Das ist das, was ich kenne, Girl Power. Sieht jetzt wie die Leben von Brian. Loretta. End. 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 End.